Oh Leute, es blinkt! Let's go, meine Freunde! Oh mein Gott, ich zeig's euch hier nochmal. Es blinkt hier wirklich, Mann. Das heißt, wir ziehen jetzt einen neuen Brawler, weil wir können nur neue Brawler ziehen. Ich würde sagen, wir drücken drauf in 3, 2, 1... Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Leute. Ja, wie ihr wahrscheinlich schon den Titel gelesen habt, öffnen wir heute mal wieder ein paar Boxen in Brawl Stars und hoffentlich ziehen wir mal wieder ein paar neue Brawler. Ja, falls das Video gefallen sollte, lasst sich gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Ich mache in Zukunft keinen weiteren Brawl Stars Video mehr zu verpassen. Auch noch wie ich sagen, reden wir gar nicht mehr den Garten drum. Gehen wir drüber in das Opening. Okay, meine Freunde, ich würde sagen, wir fangen auf jeden Fall hier im Shop an, denn ich habe hier auf jeden Fall diese ganzen Grazis-Boxen noch nicht eingesammelt und hoffentlich ziehen wir jetzt was. Ich würde sagen, let's go, fangen wir an mit der ersten Grazis-Big-Box, die hier direkt hinter mir ist. Come on, bitte jetzt direkt einen Brawler, das wäre so cool, Mann. Komm, und, es sind, oh, 104 Coins, nein, da ist definitiv nichts drin. Rip, meine Freunde, okay, weiter geht's, let's go. Okay, dann gehen wir rüber in die nächste Mega-Box, meine Freunde, let's go. Erste Mega-Box, bitte jetzt sofort sechs verbleiben, oder sieben. Sieben wären noch cooler, come on, bitte gern sieben. Let's go, wir gehen rein, und, es sind, fünf, was? Was? Oh, Mann, rip, meine Freunde, was ist denn hier los? Oh, Junge, nein, Alter. Ja, meine Freunde, dann will ich sagen, sammeln wir hier mal den Mega-Box-Daryl ein, damit wir hier überhaupt was bekommen haben. Come on, let's go, und wir haben den Mega-Box-Daryl. Nice, Mann, ey. Chillig auf jeden Fall hier. Dann sammeln wir hier den Pin natürlich auch noch ein. Oder natürlich noch die 100 Power-Punkte. Keine Ahnung, auf welchen Brawler wir die packen. Wir haben ja sowieso jeden Brawler-Level-1, wir packen sie mal auf Bull. Und da, meine Freunde, was ist auch hier im Shop? Okay, ich hoffe mal, jeder von euch hat den Stream am Sonntag gesehen, wo wir auf zwei Accounts den Brawl-Pass durchgespielt haben. Und ein Account war auf jeden Fall auch der hier. Und tatsächlich habe ich hier deshalb noch echt verdammt, verdammt viele Boxen, die wir noch aufmachen können. Und ich würde sagen, mit denen machen wir direkt mal weiter. Okay, meine Freunde, dann will ich sagen, let's go. Erste Big-Box, meine Freunde. Jetzt bitte sofort wenig Coins. Da, komm, oh, es sind... Oh, 82 Coins ist leider wieder zu viel. RIP auf jeden Fall an der Stelle, meine Freunde. Schade, Mann. Nächste Big-Box, come on. Und, bitte. Oh, 47 Coins, da kann was drin sein, meine Freunde. Let's go, come on, bitte, 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 bitte blink. Blink, 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 blink. Oh, da, ich will hilf. Es blinkt nicht, meine Freunde. Alles Oben, schade, Mann. Okay, weiter geht's. Nächste Big-Box. Okay, come on, und. 64 Coins, leider ein bisschen zu viel, meine Freunde. Da ist auf jeden Fall nichts drin. Schade, Mann, okay. Weiter geht's. Nächste Big-Box, come on. 41 Coins, da gibt's hier was drin sein. Come on, bitte, blink. Und. Es blinkt wieder nicht. Ey, RIP, Mann. Warum blinkt das heute nicht, Mann? Weiter geht's, come on. Und. Oh, 52 Coins. Okay, 52 ist ein bisschen viel. Aber gut, wir können auch bei 52 was ziehen. Nee, schade, leider wieder nix. Nächste Big-Box, come on. Ey, es kann nicht sein, dass wir heute ohne was rausgehen, Mann. Wir müssen heute unbedingt noch was ziehen. Oh, Leute, es blinkt. Let's go, meine Freunde. Oh, ey, Gott, ich zeig's euch hier nochmal. Es blinkt hier wirklich, Mann. Das heißt, wir ziehen jetzt einen neuen Brawler, weil wir können nur neue Brawler ziehen. Das riecht dir richtig heftig, weil wir haben ja hier quasi jeden Brawler Level 1. Deswegen kann das kein Gadget und keine Star Power sein. Okay, meine Freunde. Schreibt unbedingt mal unten in die Kommentare, was ihr glaubt, was das für ein Brawler ist. Ich würde sagen, wir drücken drauf in 3, 2, 1. Und es ist, meine Freunde, komm. Leute, Frank, let's go, meine Freunde. Okay, das heißt, wir haben jetzt jeden epischen Brawler. Das heißt, wir können nur noch mythische Brawler und legendäre Brawler ziehen. Richtig, richtig heftig. Okay, machen wir mal weiter hier mit der nächsten Big-Box. Okay, wir haben sogar noch ein paar Boxen. Ey, komm mal, nächste Big-Box. Jetzt noch mal ein Brawler, komm. Ah, 82 kannst du das ein bisschen sehr viel, meine Freunde. Da ist auf jeden Fall nix drin, schade, Mann. Okay, nächste Big-Box. Let's go. Oh, 57, okay, mal schauen. Ne, jetzt auch wieder nix drin. RIP auf jeden Fall an der Stelle. Nächste Big-Box, come on. Und? Ah, 65. Könnte was sein, ist aber echt viel. Ne, 65 ist nix, war klar, meine Freunde. Okay, dann glaube ich, haben wir noch eine Big-Box, oder? Ne, wir haben leider keine Big-Box mehr. Dann würde ich sagen, meine Freunde, geben wir jetzt rein in die Mega-Boxen. Und dann heben wir uns die Publiken-Boxen bis zum Schluss auf. So, let's go, meine Freunde. Erste Mega-Box aus dem Brawl-Pass. Bitte direkt jetzt noch mal ein Brawler hinterher. Wäre echt mega, mega cool, meine Freunde. Let's go, come on. Ah, 5. Was? Oh, Mann. RIP. Okay, das war dann wohl hier leider nix, meine Freunde. Ja, gut, schade, Mann. So, weiter geht's mit der nächsten Mega-Box. Leute, lasst jetzt mal alle hier einen Daumen nach oben da. Wir können nur was ziehen, wenn jeder von euch ein Like da lässt. Also, Leute, falls ihr gönnen solltet, lasst jetzt unbedingt ein Like da. Bitte, Mann. Okay, meine Freunde, ich hoffe mal, jeder von euch hat jetzt ein Like da gelassen. Dann würde ich sagen, drücken wir mal drauf und schauen, was hier drin ist. Oh, wieder nur 5. Oh, Mann. Oh, Mann, ey. Schade, schade, schade. Ey, aber zum Glück haben wir schon den Brawler gezogen. Das heißt, wir gehen hier auf jeden Fall nicht ohne was Neues raus. Komm, warte, und. Ah, wieder nur 5. Schade, Mann. Okay. Okay. Nächste Mega-Box, come on. Nur 5. Ey, Mega-Boxen heute, muss ich ganz ehrlich sagen, gönnen überhaupt nicht, Mann. Oder ich bin einfach unlucky. Ich weiß auch nicht. Let's go. Nächste Mega-Box, komm. Ah, wieder nur 5, Mann. Es ist echt RIP, warum bekomme ich nur 5 verbleibende, Mann. Das ist echt RIP. Oh, nein, das war's. Wir haben nur noch normale Boxen. Oh, Gott. Dann hoffentlich, meine Freunde, ziehen wir jetzt nochmal was. Oh, je. Jetzt wird es auf jeden Fall nochmal spannend. Werden wir jetzt noch ein Legendary bekommen. Ich hoffe mal schon, meine Freunde. Komm, ab, bitte. Und. Oh, erste Box war auf jeden Fall schon mal nix, meine Freunde. RIP. Okay, weiter geht's. Nächste Pop-Liga-Box, meine Freunde. Let's go. Bitte. Und. Oh, wieder nix, Mann. RIP. Okay, ein paar Boxen haben wir aber noch. Komm on, nächste Box. Und. Auch wieder nix. Ey, und die 12 Coins tun immer voll weh, Bade. So, das heißt, wir haben, glaube ich, noch... Nein, das war's. RIP. Oh, Gott. Aber wir können hier auf jeden Fall noch den Bell Gold am Gangskin einsammeln. Das heißt, wir haben hier nochmal die coole Animation. Ja, dann gönnen wir jetzt hier noch den Pin Pack. Oh, Leute, wir haben noch eine Set in den Pin für Code gezogen. Nice. Okay, ich scroll mal nochmal durch, ob wir hier noch was haben, meine Freunde. Aber es sieht echt schlecht aus. Ja, wir sind komplett durch. Aber wartet mal. Wir haben noch eine Big Box hier in der normalen Season. Da würde ich sagen, gehen wir mal nochmal rein in die Big Box, meine Freunde. Big Boxen haben heute am meisten gegönnt. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nochmal einen Brawler ziehen. Am coolsten wäre es natürlich ein Legendary. Klar, ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir einen Legendary ziehen. Aber wäre schon echt nice jetzt. Okay, meine Freunde, come on. Seid ihr ready, meine Freunde? Soll ich draufdrücken? Ich hoffe mal, meine Freunde, ihr seid bereit. Let's go. Und wir haben 59 coins. Okay. Da kann was drin sein. Aber ist sehr unwahrscheinlich. Okay. Und. Ne, meine Freunde, da ist der extrem. RIP auf jeden Fall an der Stelle. Okay, meine Freunde, dann soll es das Ausstieg für heute gewesen sein. Zum Glück haben wir Frank gezogen. Ich habe schon gedacht, wir ziehen wieder gar nichts. Das wäre auf jeden Fall wieder mega, mega RIP gewesen. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst euch gerne einen Daumen nach oben. Dann vergesst du nicht, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren, um auch in Zukunft kein weiteres Brawl Stars Video mehr zu verpassen. Ja, und hat noch einen schönen Tag. Ich spiele zu viel Brawl Stars. Hau rein. Und. Bis morgen, meine Freunde. Tschüssi. 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 Vielen Dank.